hallo zusammen im heutigen video geht es einmal um gasgrills die aus edelstahl gefertigt wurden also edelstahl gasgrills die wirklich mit sehr hochwertigen komponenten daherkommen und eine sehr lange lebensdauer besitzen zudem noch einfach zu reinigen sind und dementsprechend die erste wahl beim kauf bieten da wollen wir uns heute mal die top 3 der besten beliebtesten edelstahl gasgrills uns anschauen mit dabei sind sehr namhafte wagen wie zb birnhardt aber auch charbroite oder enders warum man die vorteile durch ihn werden sie grills mal ganz genau anschauen und zum schluss auch selbstverständlich unseren vergleichs sieger grünen es bleibt also wirklich sehr spannend bleibt daher bis zum ende daran und selbstverständlich werden wir euch sämtliche edelstahl gasgrills die wir euch jetzt vorstellen in der video beschreibung verlinken also falls ihr interesse an einen der edelstahl gasgrills habt dann klickt direkt jetzt mal auf den link drauf und da kommen wir direkt zur produktseite damit ich sagen legt man direkt los wir fangen direkt an starten durch und zwar mit platz 3 und auf diesem platz dann bei uns der charbroil advantage 345s und da würde ich sagen schauen wir mal kurz in alle ruhe an der kommt so daher hatten sehr hochwertiges edelstahl gehäuse und punktet mit einer sehr guten verarbeitung werden drei brenner gasgrill wo man praktisch auch hier sehr viel stauraum unten haben wir haben tolle hochwertige griffe am deckel und auch sonst gibt es hier einige plus punkte wie zb hier die true infrared technologie und die emellierten grillroste also ein top gerät ich sagen immer weiter zu platz zwei und dort dann bei uns der enders monreo pro 3 sik turbo auch diesen schauen wir uns jetzt mal ganz genau im detail an und werden den uns mal ganz genau betrachten also gehen wir kurz hier auf den grill etwas näher ein ihr könnt schon sehen wir haben hier ein sehr hochwertiges edelstahlgehäuse was sogar ein sichtfenster oben hat somit könnt ihr praktisch hier ganz einfach das grill gut betrachten ohne die haupe öffnen zu müssen piezo zündung ist mit dabei wir haben hier drei hochwertige edelstahlbrenner emellierte grillroste und eine sehr schöne große grillfläche die ihr keine wünsche offen lässt dazu ein warmhalterrost aus edelstahl und auch sonst ist es wirklich hier ein top gerät was hier ein sehr gutes preis leistungsverhältnis bietet jetzt gehen wir weiter zu platz 1 unserem vergleichssieger und dann hat bei uns der bernhard bigfred deluxe gasgrill den schauen wir uns jetzt hier mal direkt an bernhard ist so ein newcomer auf dem gasgrill markt aber der bild wirklich eine sehr gute preis leistung an und daher ist es auch hier unser top 1 wir schauen sehen wir hier an der ist komplett aus edelstahl gefertigt also wirklich sehr hochwertig auch hinten sehr viele edelstahl komponenten man kann hier unten die gasflasche ganz einfach und bequem reinstellen und auch sonst einfach aufzubauen und anzuwenden unser vergleichssieger wäre jetzt hier der bernhard bigfred deluxe wir gehen noch kurz die wichtigsten vorteile für euch durch da hat man zum einen mal natürlich ein vier brenner gasgrill mit einem backburner im verruhnte keramikbrenner einem seitenkochfeld und alles ist hier nahezu aus edelstahl gefertigt also wirklich sehr hochwertig verarbeitet also das soll es gewesen sein vielen dank fürs zuschauen an links zu diesen edelstahl gasgrills die gibt es unten in der video beschreibung schaut mal rein klickt mal darauf und abonniert am besten jetzt unseren kanal dann sehen wir uns auch beim nächsten mal wieder